Musik Datsami Namaskar Tapaayin Hirde Honuncha Phewaar Television Ko Kariburam Hamroo Swaasthe Hamroo Swaasthe Maa Macho Rishi Ghaati Oda Egoo 4 Varsha Dekhi Ni Hamroo Swaasthe Swaasthe Shetra Ka Vishyengati Swaasthe Shetra Ka Pragati Swaasthe Maa Dekhaa Pareka Garbari Ro-Gharu Ra-Tishko Aosadhi Upchaar Kasarii Kaarini Swaasthe Raha Na Kiki Upaayaru Aapnahu Na Sharki Ncha Tapaayinko Aarayagota Kaam Na Garthu Aajagonga Maa Hamii Alikadhi Pharak Vishyemaa Kuraa Garnei Jamar Garii Rahaayegu Chaachane Pharak Bhannei Vittti Gai Chon Pokhraako Sandro Maa Aalii Kaamai Dekhiyeko Treatment Kaamai Dekhiyeko Upchaar Pranali Spice Therapy Jepa Boli Ramro Aamudai Na Grawayin Gorkhande Umerga Ketaketikoo Aathabhaa Kurei Paralysis Tree Chitil Banaagu Maaancheko Aabaz In der Art des Spies, der die Erbungen die auch die Erbungen auf der Sprache wollen, die eine Sprache wollen, die eine Sprache wollen. Das ist das, dass die Sprache, die einen Sprache wollen. wie die Hand und die Din von uns, die gehalten, die Hand und die Berliner, den Behandlung, die Kommunikation auszulieren. Die Menschen sind nur in Fragen, die Dinge, die Menschen in einer Träumen und die Lust in der crie sind. Das ist wichtig, dass mein Leben in diesem Leben eine große Unterstützung für die Arbeit. In diesem Jahr gibt es die Spieze Therapie, die Sie haben einen anderen Teil des Spieze Therapies. Sie sehen uns im Französischen Spieze, die die Parish-Paris-Paris-Paris. Sie werden die Spieze Therapie, die Spieze Therapie und die Spieze Therapie aus der Spieze Therapie. Ich habe eine Programme für die eine Ärzte hier. Der sagt die mit ihr spüren kann, die die eine Koordinatorik und die einen Spie南arie in mir Doesnke. Ein Spie Therapist, ein Pflichter von Focolmaster, Ein Pflichter zwischen dem Mannschaft anwenden Kaisersペ. Sie haben eine Untersturz-Koßen, wie ein Spie Therapier ist. aging-Käletz gibt es so, dass ihnen bei Spie Therapien zu machen, Ich bin ein Spirit-Therapy. Ich bin ein Spirit-Therapy. Wie ist es? Ich bin ein Spirit-Therapy. Ich bin ein Spirit-Therapist. Namaskar. Wie geht es? Ich bin auch froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Wir werden über den Spirit-Therapy sprechen. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin ein Schmied-Therapy. Ich bin ein Schmied-Therapy. Mein Schmied-Therapy ist mit den Schmied-Therapy. Die Schmied-Therapy ist durch die Vibration und die Sound. Ich habe mein Schmied-Therapy in Pokhara, Baraipas, seit Januar. Ich bin mit den Schmied-Therapy seit 5 Jahren. Was sind die Schmied-Therapy? Bevor die Schmied-Therapy? Das ist die Schmied-Therapy? Die Schmied-Therapy? Das ist eine Art von Schmied-Therapy. Wie du erklärtst, das erste Schmied-Therapy wird vom Schmied-Therapy, von der Schmied-Therapy. Die Schmied-Therapy wird zwischen 72% und 74% der Schmied-Therapy. Die Schmied-Therapy wird alle Schmied-Therapy als Wasser, in dein eigenes Schmied-Therapy, und wird viel Schmied-Therapy. Nach dem Schmied-Therapy wird das Schmied-Therapy, in eine andere Formte der menschliche Nachricht verantworten. Und vor allem für viele Schmied-Therapy wird. Das ist die Zukunft der Schmied-Therapy. Das ist die Zukunft der Schmied-Therapy. Das ist die Zukunft der Schmied-Therapy, ich glaube. Da ist ein большes Busch. Nach dem Schmied-Therapy, das gibt eine Art von vibrationen. Das gibt eine Art von Cure oder Tätten zu den Menschen. True. Kann ich das aus dem Schmied-Therapy? Of course. Wenn du an deinen Bögel betrachtet, du hast zwei Wände. Du hast, du kannst du den Sound hören. Und wenn du dich auf den Bögel betrachtet, du kannst du die Bögel sehen, du kannst du die Bögel sehen. Du kannst du das Bögel sehen. Wenn du dich auf der Bögel befindet, du kannst du die Bögel sehen, und du hörst du den Sound hören. Und du hörst den Sound, du Gehirn dir die Bögel gibt es verschiedene Hormones, und du kannst dich auf die Bögel sehen, 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 und du kannst dich auf die Bögel sehen. Es ist eine Komplimentary Medizin, und es kann sehr hilfreich sein. Generally, ich habe schon mehr Patienten, die die Hörst du deinem Wägel sehen, und die kommen in verschiedene Hörstüren und verschiedene Therapie Center, und sie demanden, so wir brauchen ein Speed Therapist. Das bedeutet, dass sie die Bögel sehen, die Bögel sehen, die 10, 12, 14-jährige Bögel sehen, sie haben keine guten Sprache. Ich verstehe. Und sie brauchen die Speed Therapie als auch. Und in someen der Stoke Cases, das bedeutet, dass sie die Bögel sehen, und die Bögel sehen, die Bögel sehen, und die Bögel sehen, die Bögel sehen. Die Bögel sehen, die Bögel sehen, die Bögel sehen, die Bögel sehen. Die Bögel sehen, die Bögel sehen, und die Bögel sehen, die Bögel sehen. die Bögel sehen, die Bögel sehen, die Bögel sehen. der Singenbos, kann man einen bestimmten Druck in den Vocal Chords geben. Das ist nur ein Cartilage. Und wenn man sie sich umdrehen kann, ist es einfacher für die Patientin zu bewegen. Ich kann sie helfen. Ich kann sie helfen, die Patientin zu bewegen. Ich kann sie helfen, dass sie ein schönes und glückliches Moment fühlen. Und wenn sie sich fühlen, dass sie sich in der ersten Session fühlen, der Körper wird ein schönes Hormones geben und es kann sie helfen, von der Insel. Die Treatment kommt von der Insel und von der Insel. Ich kann sie helfen, aber die Treatment kommt von der Insel. Es gibt eine Coordination zwischen den Vocal Vox und den Brain, oder? Of course, es ist. So, wenn man die Ringing Ball oder die Singen Ball macht, dann wird die Vibration auch aktiviert die Brain Shells, die die Passive sind und nicht die richtige Sprache. Das ist sehr wahr. Die Sache ist, dass es nicht in einer Session ist. Es muss in vielen, vielen Sessions sein, um mit meinen Patienten zu arbeiten. Ich habe es bereits mit einigen Mädchen mit den Blinden. Und wenn sie nicht die Augen bekommen, sie können ihre Hörungen verbessern. Und sie fühlen besser. Und sie fühlen besser. Und sie fühlen besser. Und wenn sie von der Insel ist, oder wie das Kind von der Insel ist, dann wird es ein bisschen mehr Zeit, aber ich werde mit den Sound und den Frequenzen arbeiten, aber nicht mit den Vibrationen. Die Brain ist sehr sensitiv. Und wenn ich die Singen Ball einfach von der Insel ist, dann kann man sich öffnen, durch die Vibration von der Sound. Und die Elektrik Connection zwischen Neurons. Das ist einfach. Für sie besser zu verbinden, denn sie bekommen die Vibration und ein Sound, die die Brain funktioniert. Und wie Sie wissen, die Human Brain Waves, die Alpha Waves, die Delta Waves, die Tetra Waves. All das Kind von Waves, machen Sie in eine andere Stade des Mindes. Und wenn Sie die richtige Frequenzen bringen die Patient auf die richtige Frequenzen und die richtige Human Brain Waves, Sie können sich von der Insel, von der Ordnung gegeben von der Brain, zu der Gland, mit dem Organs, mit dem Organs, mit dem Begriffen. Zum Beispiel, Sie haben mich über die Voice, die Vocal Chorde. Das ist mit dem Throat Chakra. Oder in meiner Weise, ich es glaube, das Endocrinale Glande, mit der Ptartide. Die Ptartide sind mit dem zugreifen. We werden die Frequenzen und den Sounde in den Funktion. Mit dem Mindest. Ja, bei der Bucal Box, ist das wie ein Leben im Struktur, der Epigloir ist. Als es dem Yingarmus kann die Vibration einschmeißen. Es gibt den Wagen, die Eppigloirin euhternn. Es wird es geimposiert werden. Natürlich, es wird es geimposiert werden. Aber es wird sich jetzt Es geht um ein bisschen mehr und mehr und mehr und mehr zu öffnen, und die vibration zwischen den beiden cartilagen zusammenzubringen. So, yes, of course, Simmibolz ist, as I told you, ein Scientist-Tool, denn in einem sehr famousen Hospital in Japan oder in Europa, wir benutzen den Sound zu vermeiden von Chemikalien oder Anästhesien. So, die Sache ist, yes, ich kann dir helfen, ich kann den Patienten fühlen besser. Und wenn es ein Problem ist, zwischen zwei Gäste, zwei Organe, Simmibolz will helfen. Und Physically, du hast recht, die vibration wird geschlossen. So, bevor du das gesagt hast, es sollte dein Diagnosystem sein. Dein Diagnosystem sollte es gemacht werden? Das ist die Hauptsache. Neuropäische Doktor? Ja, für mich. Es ist es notwendig, die Hilfe von Physikien oder nicht? Es ist es notwendig, die Medizin oder nicht? Ja, wie ich sagte, am Anfang des Interviews, du bist sehr recht. Die Diagnosystem ist die Hauptsache. Ja. Und ich war in einigen Hospital in Japan, und ich habe gesehen, wie die Soldaten oder Doktor arbeiten. Und ja, der Hauptsache, der Hauptsache, wir müssen jetzt, als Professioneller der Medizin, als Doktor, müssen wir auf die Diagnosystem fokussieren. Wenn die Diagnosystem ist gut, wir brauchen keine Zeit, um unsere Patienten zu behandeln. Und wir wissen genau, was sie brauchen. So, die Sache ist, ja, Sie sind sehr recht. Wenn Sie ein Problem haben, wie ich gesagt habe, für die Sprache, zum Beispiel, die Kinder verloren haben, es kann eine Psychologische Probleme sein. Es kann ein Problem 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 sein. So, die Diagnosystem werden muss, bei den Doktor und Soldaten, für sicher. So, ich habe gesehen, so viele Physiotherapie, Occupational Therapie, und auch Speed Therapie. Also, die Stoke Cases kommen in Hospital und Therapie Center. Mostly, die Stoke Cases sind eher in Pokhra. Und sie haben auch ihre Sound. Und Physiotherapie, sie machen die Physiotherapie, mit den Händen, mit den Händen, mit den Händen, mit den anderen Teilen. So, finally, sie haben sehr, 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 sehr. wenn wir Zeit für den Speed Therapie machen, natürlich, der Patient wird den Physiotherapie dann besser, bei der Physiotherapie? Ist es besser? Ist es genau das der schönste Beispiel ? Ja. Mit der Arbeit, mit der Komplementarie Therapie, ein paar Dinge können, aber wir brauchen die Hilfe von der Traditionen Dr. und Säger. Und Sie sind recht, wenn Sie eine Patientin in der Physiotherapie zum Beispiel, das ist eine der besten und sehr, auch in der Welt. Es gibt einige Fälle und Daten, viele Patienten mit dieser Therapie. Und ja, wenn die Patientin all die Zeit in der Haus, in der Haus, thinking über negative Dinge, über seine Probleme, über seine Probleme, über seine Probleme, dann wird die Gedanken und die Gedanken wird etwas inside und der Körper wird nicht bereit zu fixern. So, Physiotherapie, Acupuncture, Massage, oder die Therapie, wir helfen unsere Patienten zu fühlen und wenn sie fühlen, sie werden besser. Es ist crystal clear, es ist eine Mirror-Effect. Das ist die wie wir helfen. So, ich habe noch mehr Speed Therapie in Poghra. Today, I find you. Ich bin so happy. Ich bin so happy. So, 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 many cases in Poghra. They have lost your good voice, they have lost your good pronunciation. Their pronunciation is not understandable. Some growing people, growing children, and mature people who are victimized by stroke cases and in your presence, in your treatment, again, they can recover their voice. They can recover the voice. Right. it takes the time to recover the voice, one month, two months, three months, two weeks, three weeks, two days, three days. Is there any duration to recover the voice? It's very, it's not, I cannot give it to you the right timing, I will give you one example. I have a lady came to me, it was in United States in California, she got a brain disease, the brain stopped for few seconds and she woke up in the morning time, all half of the body were paralyzed. And even the speech was no more, she was not able to talk anymore. She was something like 70, 72 years old. Okay. And even the way to get the water with the left hand working, she forgets. She worked with neurosurgery and she worked with some other therapists, medical therapists. She came to me and yes, after six months, all together, she recovered the speech and she even recovered the use of the hand. So it depends of your state of health first. It depends of your motivation. Yeah. It depends of your thoughts. Your passion. Yeah. It depends of the environment around. There is a lot of facts we need to measure to give it to you the right duration of the treatment. It can be very fast, it can be a little bit longer. Okay. So, just before you have shown the bowels that giving a kind of vibration that when I tossed, when I, when I didn't toss but it was, I feel, I feel it. You told that if we pour water there, there is full of water and after breathing there, the water will be boiled by the vibration. A beautiful fountain. Similarly, similarly, something bad things in our body, some impure things, some wastage are in our body after giving such type of beating or such type of singing balls, vibration, doors, the waste materials will exist from our body. It will clean the water. First of all, I can guarantee for 100%. The first benefits of a therapy with singing ball is linked to the body water of the system, the water system of the body. It means what, when I work on 45 minutes on the body and all the water is moving as a boil, like a fountain inside, it helps to regenerate all the cells. It helps to sweat and when you sweat, all the toxins get out from your body. Right. And after a session, I recommend to all my people to drink at least three liters of water, three liters of water to help them to growing up and to get the variation of the session. So you are very right and very true. I can guarantee 100% that after one session, the water system of your whole body can be recovered and it's very helpful for that. Even for kidney, for vessel, urinary system, this is crystal clear. So I want to know one thing especially, that means, after doing that type of singing vibration, when you observe the vibration, when I feel the vibration, any healthy one, any healthy portion also can give that type of vibration and is it useful for him or only that is useful for the patient? This is a very nice and very good question. Thank you for that question. Because people come to me to be healed, to feel better and I can give it to them everything but I ask them to them, the work and the recovery has to come from yourself and 50% of the work has to come from yourself. This is the reason why today, I provide a lot of course and training from all over the world, even conferences to explain how to heal himself and yourself by yourself. And yes, I organized some training, it took for the first level at least three days and after the training, people can heal themselves for sure and they can work on their own body even with their own family, they can help them too. My goal is to share my villages and my goal is make people better and heal themselves if they can do it by themselves. Right. So whatever you have told before that by the singing bowls, by the speech therapy, we can recover the voice of the people they have lost before and they can give the good pronunciation as well. Yeah. And, normal person, if anyone wants to talk, wants to go with your trust and they can feel the vibration, again, they can get the strong strength of the body and they can recover and they can relieve your mental stress. If some sugar passing, hypertension passing also, can they recover, can they maintain your health well? It helps a lot. A lot. For all the kind of issues and diseases you just list right now, it helps a lot. A lot. First, if you come to me, you get some back pain, for example, or some bones issue because overweight or whatever, or some blood circulation problem too. If you come to me after 45 minutes, you will feel the relief as soon as you get out from my place. And why? Always the same reason. Because the vibration and the human body, as I told you, 70 to 73% of liquids. And if the liquids are moving inside the muscle, of course, the blood circulation will be easier. Muscle is blood. It's only blood and tissue. So it means the muscle will be released. So no more pain in the muscle, no more back pain too, because even the bones, when you go in a laboratory and you hit the ball, you can see that the vibration goes directly inside the bones. And by resonance, the vibration get out from the bones and move all the organs and tissue and water system. Okay. This is the way it works. So it means, yes, even for the blood pressure, even for sugar or whatever, even for tension, high tension, hypotension, high blood pressure, even for migraineurs, even for ears and eyes problems. That is useful for all the cases. Yeah. Right. So many people are supported by hypertension, high blood pressure, and sugar as well. And they have visited so many hospitals and doctors and taken many more medicine and money work, everything, yoga, so many things, meditation. Like a singing ball also helps to them. Right? It will help them. But I have to tell you something about that. And this is what I say to my people around in Nepal. Mm-hmm. I come, as you introduce me, I come from Paris, France. Yeah. And we know, and we are growing up with a doctor and medical field all around, since we are a baby. And people can be helped by yoga, by phytotherapy, by singing ball, by medical treatments, following many different doctors or soldiers to solve their issue. But if they still eat the same thing, if they're still acting and doing the same thing every day, it's not possible. We are not making miracles. Mm-hmm. It means what, if there is cholesterol or something like that, I will recommend to my patient to not eat too much egg. Yeah. If I got someone who got sugar in the blood, I will ask them to not eat maybe oily or butter or sugar things. But I can help you for one hour and you will feel better. Even the test, blood test will confirm that. But if you continue and still going to get the same habits who makes you sick, I cannot do any miracles. Mm-hmm. I have to talk to my patients. I have to explain it to them how to do, and how to prevent. So, you have told so many things here for the recovery of the health of the people. Yeah. This is the science. Yeah. This is not magic. It's not magic. This is science. So, whatever you are describing here, this is one of the bases of science which is how to recover the health of the people. True. Scientifically, that is proved. True. And you are in the practice in the world. True. Similarly, you are coming to Nepal. This is very true and I got no words to add because you resume very well with my thoughts. I'm very happy. Thank you so much for your valuable time and describing about the singing bowl system, singing bowl treatment. Thank you very much for receiving me and allowed me to explain that beautiful art to Nepali people. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. thank you. Zitzen Sie den Das ist die ganze Zeit, die ich in diesem Video befehlt habe. Da war ich so sehr viele Leute, die ich im Video ab ich weiß. Heute gibt es noch eine gute Idee. Ich bin heute sehr viel zu sehen. Namaskar! Untertitelung des ZDF, 2020